Weiter geht's. Let's play Final Fantasy 13. Wir sind gerade an diesem Raumschiff noch auf Puls. Wir wollen wieder zurück nach Cocoon. Und das machen wir jetzt auch. Da, 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 da. Einsteigen. Will dieses Schiff wirklich nach Cocoon aufbrechen? Ja. Ja. But someone, someday, would know we'd try. Ladevorgang. Ladevorgang. Mit einem Speichern dazu. Mit einem Speichern dazu. Speichern. Wir werden hier jetzt einmal kurz speichern und dann gleich weitermachen. Denn warten wollen wir jetzt nicht 5 Minuten oder 15 Minuten an diesem Platz. Ihr Eminenst. Es ist Zeit. Die Leute erwarten Ihre Anwälte. Und so, wir begrüßen die Neue Dawn. Die Leute von Cocoon, meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben überrascht die Zwischenzeit. Und uns jetzt wieder kommen. Die Zeit der Zeit, die wir uns in der Lage sind, die wir aufbauen. Viele sind die Lehren wir uns haben gelernt. Nach unseren langen Nacht von Hardship und Sacrifice. Und jetzt haben wir Entscheidungen. Entscheidungen, die müssen wir als unsere Hards dictaten. Und nicht abandone an uns zu unschätzlichen Schenzeigen. Lass uns vorgehen mit unverletzendem Wettbewerb und honorieren die Fallen mit Aktion. Mit diesen Händen, wir entwickeln die Zukunft. Einmal das! Was ist das? Wettbewerb! Was ist das? Odin! Damn! Klose call. Und der Hero schläft den Tag! Incredible! Oh, nein, nein! Oh, nein, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! So cool! Oh, nein! 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 All your interest in the mod was lethal force! Hi there! Cut him off! Oh, you think we have a winner? Now! You're dead! You first! Oh, take her down! Stop that! Move it! I'm dead! I'm dead! Uh-oh! Lock this! Pull up! Take it! Penel! Gotcha! Oh, no, no, no! Move it! We got that! Let's go! To her! We got that verse to her, We have to sit there! We-We-We sẽ다äv沒有! To your voice again, or hopefully to jump into the promotions, We will not come down! We'll not do this! We will find the front line, We will tap out! hoppla na los klingen klingen gehen auch noch hinterher auch ein donnerfall noch mit kreis der scheint gut zu sein wir probieren es einfach alle er scheint auch noch im schock zu sein hier und wenn nicht dann spätestens jetzt hot and spicy lightning nein was soll das denn moment mal immun 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 geblockt kommt überhaupt irgendwas durch i don't get it hier was soll das jetzt werden lebenssinfonie haben wir zumindest schon mal wieder ja ich liebe es blitzschlag geblockt 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 das reicht mir jetzt hier langsam wieder fertigkeiten beschwören odin du wolltest es nicht anders schon besser gibt es wenigstens schaden block 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 wird nur geblockt irgendwie das ist natürlich nicht so spaßig na gut okay dann hier komm wir kommen hier wieder mit odin im metamorph wenn es anders nicht gehen soll dann machen wir das halt eben so wiii so so donnerspalter dann nehmen wir halt eben wieder odin im metamorph es will irgendwie so nicht so so mega ärgerlich hier gerade denn es will einfach nicht voran es klappt einfach nichts hier gerade Das finde ich ziemlich doof. Der muss doch irgendwelche... Immun? Der muss doch irgendwelche Schwächen hier haben. Beschwören geht nicht. Banger geht nicht. Beben. Er teilt weiträumig im Momentan Magieschaden. Verlängert die Dauer des Serienbonus. Hm. Ja komm. Mehr als das können wir sowieso gerade nicht machen. Geblockt. Wie lächerlich. Haben wir hier irgendwo den Manipulator drin? Natürlich nicht. Wieso sollten wir? Äh, nee, 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 nee. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Wieso? Wieso ist das so, wie es hier gerade ist? Und den in den Schockzustand zu bekommen, dauert ja ewig. Also pro Angriffsreihe kommen wir denn maximal 10% dazu. Es will irgendwie nicht. Egal, dann machen wir das hier halt eben so ewig lang dauernd. Wenn's anders nicht funktioniert, ne? Muss man das halt eben so machen. Irgendwie voll bescheuert. Was heißt irgendwie? Das ist total bescheuert. Das ist ja auch mega lange gedauert. Nur am blocken hier. So, und wieder zurück ein Blitzschlag. Anti-Materie-Bombe. Lebens-Sinfonie. Vitra auf alle. Keine Sorge, ich werd schon nicht abgeben. Äh, aufgeben. Aber, das ist ein bisschen ätzend hier gerade. Den irgendwie so versuch... Der hat alles im Mund. Der hat alles im Mund. Ja, das ist klar. Oh, Mann. Und Odin soll den einfach mal so platt machen, oder wat? Soll das funktionieren? Da glaub ich nicht dran. Das werde ich jetzt erstmal nachlesen. Glaubt's mir. Wie soll denn das bitte schon funktionieren? Ne, ich brech das hier jetzt mal ab. Bis zur nächsten Folge.